Herr Tiefensee und seine Gattin hier auf dem roten Teppich der Goldenen Helle. Guten Abend! Guten Abend! Sie sind recht früh dran. Ja, wir sind sehr, sehr gut durchgekommen von Erfurt. Wie ist es wieder in der Leipziger Stadt zu sein? Natürlich bin ich immer wieder froh, in Leipzig zu sein. Ich bin froh, hier auf der Messe zu sein. Erinnert mich an die Eröffnung der Messe und an die vielen, vielen Veranstaltungen hier. Und ich freue mich auf die Goldene Henne und auf Karel Gott und die Biene Maja. Vielleicht singt er sie ja. Textsicher, auch textsicher? Biene Maja, ja. Ja, sie schon. Und diese... Ne, ne, so nicht. Nein, so nicht. Aber Christiane, du vielleicht? Nein, sie auch nicht. Dann einen wunderschönen Abend. Ihnen auch, danke.